So hallöchen Leute, willkommen bei Let's Play LittleBigPlanet mit dem Vladefalter. Okay, wir haben hier einen kleinen, sozusagen einen kleinen Airport in LittleBigPlanet und es macht richtig Spaß. Oh mein Gott, der hat einen Helikopter! Okay, ich hole mir erstmal so einen Flugzeug und... Oh mein Gott! Du hast mich weggefetzt! Ah! Nichts atmen! Ich... Ich bin dachlos! Au! What the fuck! Du hast mich getötet! Du terrorist! Okay. Oh mein Gott! Ja, noch den Roboter! Ja, okay. Ich nehme den Roboter. Und jetzt denkt ihr, was ist für ein Roboter? Ich drücke jetzt L und da ist ein Roboter. Ich gehe mal ein bisschen nach unten. Hüpp! Ich will auf dir drauf! Oh mein Gott! Yay! Oh mein Gott! Bäh! Ah! Ah! Yeah! Halbes Auto! Oh mein Gott! Du nimmst mich mit! Loll! Wir haben das Boot kaputt gemacht. Ich mache jetzt durch die Fluchtfolge kaputt, ne? ich gehe hier mal so nun wohl ohne Beine scheiß ich kann mich nicht bewegen komm ich nehme dich jetzt zurücksteig drauf wow ich kann nicht! Hilfe! 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 Loll meine Beine sind lebendig oder so Loll meine Beine bewegen sich immer noch auch wenn ich nichts mache aber egal ich bin in meine Beine drin wo bist du? das bringt nichts eigentlich aber egal ich glaube dass es nichts bringt warte 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 ja ich bin auf dir drauf flieg hoch ja geil Geil AAU Hilfe! LOL Achso ich kann nur noch schießen Au! F**k Piu 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 Jump! Oh fail Was mach ich da? YOLO oder wat? Lord Das sieht so krüppelig aus Oh mein Gott, warum? Oh mein Gott, warum? Ah! Was mach ich hier? Yay! Ja, schieß mich mal ab! Was mach ich hier? Was mach ich hier? Was mach ich hier? Was mach ich hier? Meine Punkte! Ich will mal nach oben, ich weiß nicht ob da was ist Weißt du was? Ich nehm mal den Hubschrauber, ok? Ich nehm mal den, ich nehm mal das Boot Au! Ja ok, steck drauf Also ich hab nie gesehen, steck mal auf dem Roboter Also oben Ja! Ja! F**k! Warte Soll ich nochmal L? Genau, jetzt kann ich drauf Ok Wow! LOL Scheiße Spring auf mich! Oh mein Gott, du hast mich was gequetscht! Zum Glück bin ich klein Boah! Ich will das Boot haben Komm weg! Hilfe, ich bin unter dir! Hey! Ja! Nein! Scheiße! Ja! Wow! What the f**k! Nitro! Hey hohe! Hey hohe, du bist so langs, Lami! Hey hohe! Hey hohe, du bist so langs, Lami! Jey! Jey! Nein, nicht nach hinten! What the fuck? Lol! Ah! Ah! Moment, ich muss kurz was essen. Ja, das männlichste Essen ever. Mit Pipi Langstroth. Oder so. Keine Ahnung. Ich ess grad was. Okay. Okay. Ah! Los! Nein! Schöne dich doch einfach. Oder springe dich zurück. So geht's auch. Ich will jetzt noch kurz was machen. Und dieses Level hab ich gemacht. Und das wird heute wahrscheinlich rauskommen. So. Go, go, Power Rangers! He, 69. Ich kann das Licht anmachen. Du, 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 du. Need for Speed. Ey, kannst du mir mal helfen? Ähm, ja, warte. Ich kann das springen. Wo bist du eigentlich? Ich steck fest. Ich steck fest. Und ich suchen. Das war wahrscheinlich gar kein Wort verstanden. Hier bin ich. Siehst du mich? Ah, du fliegst, na? Ja? Noch nicht. Jetzt flieg ich. Ja, diese Steuerung. Wie komm ich aus dem Auto raus? Geht nicht. Oh. Wo bist du? Hier unten. Ich mach den Stand. Oh, scheiße, oh, scheiß, oh, scheiße. Echt? Oh, man diese Steuerung. Ah, jetzt aber ok. Ich hab sie. Wo bist du? Oh mein Gott, ich schieß gerade, ich sehe es gerade, du schießt mich so an, warte, siehst du, siehst du das, das da, sieht man das überhaupt, schieß mal, Hä, wo, ah, da bist du, okay, bist du da oben beim Helikopter oder was, ne, da bist du, hallo, oh, 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 das ist ein roten Penis oberhalb Reo Antacke keine Ahnung wohin aber egal ja super Loll ich kann keine Bomben mehr schweißen wo bist du da wo ich bin ich hab ein Flugzeug runter geholt echt? lol ja Loll was war das jetzt? wo was denn? du musst nur zum Anfang kommen ok ich komm schnell zum Anfang komm mal zum Anfang ich bin unterwegs super Landung WTF lol ja ist ja geil wollen wir was anderes spielen was machst du? was machst du? was machst du? ok ok dankeschön bitte so meine Punkte das bringt eigentlich nichts aber egal ich nehme mal ein Flugzeug ich nehme ja auch machen wir mal gegeneinander du nimmst dieses Flugzeug von links du nimmst ein Flugzeug von links und ich nehme eins von rechts und dann können wir uns gegenseitig bekämpfen oder ein Helikopter oder ein Helikopter das geht auch warte mal kurz wo bist du? rechts ganz rechts bin ich rechts ich nehme mal was ausprobieren mal sehen ob das klappt oben oder oben? ein bisschen weiter nach oben ja hier au oh mein Gott ich stecke gerade fest Hilfe ah jetzt nicht mehr oder? lol ich stecke fest Hilfe Hilfe ich stecke fest du machst dir alle alle Flugzeuge kaputt ich will mit reinsteigen warte wo bist du? warte wow ich bin im Rotor wow oh shit Hilfe Hilfe warte 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 ich kann einsteigen glaube ich nein kann ich nicht scheiße wow ich bin gestorben ich heile in unserer gestorben ich habe keine Ahnung warum ich gestorben bin aber wer weiß vielleicht aus irgendeinem unnötigen Grund bin ich gestorben ja von links aber nicht hallo ja Harry das ist ah thank you Ja, ins Flugzeug reinballern. LoL, das war... Was ist das? Wo bist du grad? Ich bin grad rechts. Richtig rechts. Rechts! 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 Deutschland! Oh, das hat sich irgendwie wie ein Troutan angehört. Aber egal. Ah, nicht abstehen! Hilfe! Ich bin da angeschossen! Hör auf! Hör auf! Ah! Ich sterbe! Pass auf! Wo bist du? Chris? 1909... 9? Wow, what the fuck? Alter, du zerquetscht mich! Wo bin ich? Wo bin ich? LOL! Ah, da bin ich. Cool. LOL! Ich mach gar nichts! Ich mach gar nichts! Ah, jetzt mal. Ja, ich kann immer noch... Ich gehau! LoL, wie das aussieht... Fuck! Ich mach gar nichts! So, nächstes Flugzeug. Okay. Alter! Okay... Okay. Das leckt hier grad'n bisschen. und da fragt ein roter hat mich total zerstört gehen wir kurz runter lande mal kurz dann mal kurz ok ok scheiße ich hab schon wieder überzogen ich würde sagen dankeschön fürs zuschauen haut rein in den schnitzel und bis zum nächsten